Hallo liebe Leute und es geht weiter mit dem Bonus-Kapitel von Awakening, der weiter roten Blätter. Ja, in diesem wunderschönen Garten gehen wir weiter voran und irgendwie hatte ich das letzte Mal noch ein paar Ideen, die ich dann noch bekam nach dem Part. Was wollte ich denn jetzt hier nochmal machen? Ne, das werde ich ja wohl nicht. Sieht auch so nach dem Piraten-Ding aus. Könnten die Kugeln da rein? Ah, die Kugeln passen da rein. Okay, jetzt haben wir ein Zauberbuch, aber die Hexe des Waldes wird oft mit einem Buch abgebildet und mit etwas anderem. Was war das nur mit etwas anderem? Vielleicht das... Nein. Ganz typisch wird sie immer mit einem schwarzen Springer dargestellt, manchmal auch mit einem Kreuzschlüssel, aber in Wirklichkeit mit der Butter. Ähm, mit dem Netz ja wohl nicht. Ne, ne, da müssen wir nochmal gucken. Aber da war noch was, da war noch was. Eine Astgabe ideal, um daraus eine Schleuder zu basteln. Nö. Nö. Mhm. Eine Schleuder. Hustenanfall. Natürlich, wenn ich aufnehme. Eine Schleuder, weiß ich nicht. Kann ich mit dem Zauberbuch hier rumzaubern? Ne. Tja, dann, ne. Was wollen die denn haben? Die haben ja auch alles in der Hand. Da ist nämlich der Dreispitzhut und unser kleiner Freund hier mit seinem langen Schwert. Und was ist das hier für ein Tier? Ist das ein Häschen? Ist das ein Häschen und ein Eichhörnchen? Oder der Kopf von einem Hasenkörper vom Eichhörnchen? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass man den Fluch eines Basiliske bandt, wenn man dem Opfer etwas gibt, was ihm... ...ne Mimmel, 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 gehört hat. Ja, was ihm eines gehört hat, ich weiß doch nicht. Weiß ich nicht. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht überall zu tun. Deswegen vergesse ich ja auch gerne mal was. Ich kann aber nicht hier... Ne. Den Fröschen. Mhm, mhm. Was gibt es denn hier noch? Ach ja, wir sollen die einfangen. Können wir das nicht mit dem Netz jetzt? Hui, das können wir. Jetzt haben wir ein Leuchtnetz. Können wir die wegleuchten jetzt? Ne. Können wir die mit unserem Drachen vertreiben? Auch nicht. Oh, ich muss die ganze Zeit husten. Voll doof. Das Buch gehört jetzt aber nicht da hinten zu ihr, oder? Mann. Bring mich mal da hin, wo ich hin soll. Also, nee. Was? Ich soll da doch noch was? Was soll ich denn hier machen? Soll ich jetzt mit der Leuchtschleuder was machen, oder? Hä? Was soll denn hier gehen? Ach, der Schlüssel passt hier rein. Ach, ich, Dummerchen. Das Holster scheint ziemlich alt zu sein. Vielleicht kann ich die Scharniere lösen. Die Scharniere lösen. Mit einem Haken vielleicht? Damit auch nie. Wirklich nie. Hm. Mit der Butter. Ja klar, weil die dann verrostet sind und so. Ach, guckt mal. Ein schönes Blumenfeld. Da muss ich ja einen Screenshot machen. Findet zwölf Blüten, die sich gerade öffnen oder schließen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ähm. Ah, okay. Die ist gerade... Ich verstehe. Ich muss mich beeilen. Ich muss genau hingucken. Hallo. Hallo. Ich gucke. Aber das Mikrofon steht auch immer vor meinem linken Auge so ein bisschen. Hallo. Hallo. Öffnet euch und schließt euch doch mal. Noch vier Stück? Ihr Schweine. Ihr Schweineblumen. Jetzt macht schon. Da. Da. Die hat sich doch gerade oder nicht? Ich sehe schon überall öffnende und schließende Blumen. Mann, oh, ich finde keine mehr, die da... Ah, hier noch. Oh, ja. Ist gut jetzt. Immer komme ich da drauf. Wie blöd. Mann. Mann. Hä, irgendwie tut sich aber auch immer gar nichts. Habe ich so das Gefühl. Ich klicke einfach mal. Ich sehe hier sehr viele Blumen und irgendeine wird ja vielleicht dabei sein. Da war wieder eine bei. Öffnende und schließende Blumen. Lalalala. Ja, komm schon. Es ist nur noch eine. Das kann es nicht sein, ne? Oh, das gibt es nicht. Für eine Blume. Wieder. Ja, es ist okay. Hey, Kleine. Okay. Tschüss. Ja. Tür klinke. Moment. Hm, hm, hm. Tür klinke. Oh, oh Gott. Da stand das Ding schon. Gruselig. Ähm, das Passwort hier. Das weiß ich doch nicht. Schlafmaske. Jetzt spielen wir hier mit ihr. Das ist ja, ähm, ja. Genau, hier ist die andere. Jetzt kommen wir da durch. Das ist super. Da ist der Boni. Da ist die Schachfigur. Da soll sie hin. Na, komm. Aber es fehlt immer noch eine. Ah, hier haben wir die Kachel, die wir einsetzen können. Na, schön. Endlich kommen wir zu den Dingen, die, äh, wir immer brauchten. Die Prinzessin hat die Leiter hochgezogen. Ob ich sie runterschießen kann? Runterschießen? Da muss ich noch mal ran. Keine Chance. Mit dem zusammen? Nee, das macht sie ja immer nie. Hier fehlt eine Steinfliese. Moment. Da. Bewege die vier Symbolfliesen in die passenden Ecken des Spielfelds. Hm. Ja, das, äh, ja. Kein Problem. So, dann ist der Mond. Der Mond? Kann ich das jetzt nicht hier... Hä? Bewegen in die passenden Ecken des Spielfelds. Ja, und warum kann ich den Mond nicht zum Mond packen? Hat das irgendeine Bedeutung? Dann kann ich das Ding hier auch gar nicht bewegen. Ist doch voll blöd, die. Hm. Hä? Ist auch doof. Ich verstehe nicht, dass ich die gar nicht da raufschieben kann, aber okay. Dann reicht das hier an Ecke, oder was? Wie kriege ich den denn da jemals rum? Boah, nee, ich weiß auch nicht recht. Vielleicht eher so. Klappt das irgendwie so besser? Ja, wahrscheinlich. Aber irgendwie auch wieder nicht. Ist ja alles irgendwie doof, ne? So, jetzt ist das auch da in der Ecke. Aber das ist doch irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Die sind ja nur im Weg, so. Hm. Das ist nur so ein dämliches Hin- und Hergeschiebe irgendwie. Das funktioniert so nicht. Ist ein bisschen schade. Oh, die sind in der Mitte, nerven mich. Hm. Was passiert denn? Hier kann ich im Moment nichts mehr tun? Wieso? Wieso kann ich hier nichts mehr tun? Wie, wat? Kann hier eine Menge tun. Ich könnte auch einfach alles wieder zurückschieben. Oder so mal endlich machen, ne? Hey, so passt es doch schon mal. Doch eigentlich ganz gut. Vielleicht denke ich mal wieder viel zu kompliziert. Oder so. Oder nicht kompliziert genug, weiß ich noch nicht. Die können ja alle nach rechts, weil das ist ja egal jetzt hier eigentlich so ein bisschen. So. Habe ich es dann. Ja, ich habe es sogar geschafft. Hey, hey. Wahnsinn. So, und nun? Wähle die Goblin-Vasen aus, um sie die Höhe der Pflanzen zu verändern. Befindet sich in jedem Blütenkreis eine Rune, hast du das Rätsel gelöst? Nochmal. Wähle die Goblin-Vasen aus, diese Vasen, um sie die Höhe der Pflanzen zu verändern. Okay. Befindet sich in jedem Blütenkreis eine Rune? Ah, ich muss das mal wieder ausprobieren. Probieren, lieber. Ach so. Ach so. Mhm, mhm. Hm, das ist wieder so ein Gedackel hier. Oh, nee, das ist so Zufallsprinzip-mäßig Blödsinn irgendwie so. Mäh. Das ist schon mal gut jetzt eigentlich. Jetzt nicht mehr. Das verändert nur die. Was verändert da? Hm, weiß nicht. Was ist denn besser? Hier war ja schon mal das hier gerade eben alles. Jetzt habe ich es wieder nämlich kaputt gemacht. Hm. Die drei Stimmen, die zwei Stimmen, jetzt nur noch wieder die beiden. Äh, was muss man denn machen, um den zu bewegen? Ach so, so. Jetzt vielleicht nur den. Ach, es fehlen nur zweimal wieder. Ja. Ja, gollisch. Also ich weiß, Ich mag sowas nicht so gerne, weil ich kann mir sowas immer nicht merken, was was beeinflusst. Das sind zu viele Zahlen für mich. Der zweite, der zweite, der in der Mitte und der vorletzte ändern sich damit. Ich meine, so steht es ja ganz gut. So sind es ja wieder nur zwei, die fehlen. Aber ich kriege es halt nicht auf die richtige Kombination. Es ist ja oft so, man drückt eins, dann muss man nur den anderen da hinten drücken und dann hat man es schon. Aber wenn man einfach nur rumprobiert, dann kann das auch mal echt lange dauern. Hm? Oh, das ist so schwierig. Ne, sorry, ich glaube, ich habe da keine Lust mehr zu. Oder was sagt ihr? Zu faul von mir, das zu überspringen? Oder würdet ihr es auch machen? Hättet ihr das System schon an meiner Stelle durchschaut? Guck mal, wie gut eigentlich immer, ne? Aber dann... ... ... ... ... ... ... Ich versuch's doch mit. Ich versuch's mir gerade irgendwie zu merken, weil es ja nur die beiden sind. Dadurch ändert sich der... Hm. Ah, damit auch. Also ich wollte nur gucken, mit was sich der Hinterste gerade überhaupt ändert. Mit den beiden. Hm. Ich warte immer darauf, dass es so bling macht und es einfach einmal so zufällig klappt. Aber irgendwie... Irgendwie nicht, ne? Hm. Ach, vergesse ich. Ich... Ist egal. Ich überspring's. Ist okay. Was soll's. Goldene Glocke. So. Hey, Nanny. Ich habe etwas Kaltes in den Podesten hinterlassen. Podesten? Podesten. In den Podesten? Ach, in den. Okay. Die Mehrzahl von Podesten. Ich wollte grad sagen... Hey, Nanny. Ich hab mir dann... Hm. Okay. In den Podesten ist was versteckt. Seltsamer Kristall. Er wird offensichtlich als Lampe verwendet. Ja. Okay. So. Wie lange nehme ich schon auf? 19 Minuten. Hm. Ach, so eine Sprosse. Ein schlafender Stein. Vielleicht kann er mir beim Lösen des Rätsels... Der Rätsel behilflich sein. Ja. Hier. Schlafmaske. Damit er noch besser schläft. Kann ich ihn aufhecken mit Leuchten? Ähm. Im Zauberbuch? Mit der goldenen Glocke? Weiß ich dann... Weiß ich auch nicht. Überall diese komischen, mysteriösen Steine. Und natürlich das Häuschen. Ja, ja, ja. Das ist alles sehr mysteriös hier. Dann gehe ich mal wieder zurück. Und würde sagen, ich packe mal hier die Kachel rein. Wenn ich schon mal hier bin. So. Hier fehlt wohl eine Lampe. Ja, die von da hinten. Wie kriege ich die denn runter? Kann ich mir die einfach holen? Mit einem Haken? Wie kriege ich die denn runter? Hm? Ich will die Lampe haben, aber weißt... Aha. Okay. Mit dem Netzglühwürmchenschläger hat's geklappt. Habe ich sie damit jetzt zum Leuchten gebracht erst? Oder wie? Ich verstehe das nicht. So. Tada! Findet zwölf Tiere. Eins. Der Teddy zählt nicht. Okay. Dann bleibt es bei eins. Zwei. Schmetterling. Auch ein Tier. Ledermaus. Was ist das hier oben? Tiere, 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 Tiere. Da, dieser komische Alien. Nur noch neun Tiere. Neun Tiere sollen hier noch sein. Bin ich aber arg blind. Da. Muttertier, Vatertier. Teddy zählt ja nicht. Der Seestern. Mö? Wo sind denn hier noch... Tiere? Hä? Wo ist da ein Tier? Ach so, ich kann die benutzen und beleuchten. Ach so. Ja, dann... Ist es natürlich was anderes. Das ist ja cool. Ach, das war's schon. Mal wieder. Und ein Kristallspiegel. Der jetzt uns gehört. Toll. Tolli, toll. Toll, toll, toll. Toll geht's auch weiter im nächsten Part von The Awakening. The Awakening vor allem. Awakening, der weiter roten Blätter Bonus Kapitel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Natürlich. Natürlich freue ich mich immer. Also, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.